Musik Wir befinden uns am Set von Da muss man durch, an der Hauptlocation, dem Grundbesitz der Familie von Beuthen. Gleichzeitig die Toras Immobile Europas. Die Bucht von Poyenza, Alcudia. Hier ist immer eine große Abend- und Mittagstafel der Familie Beuthen. Dafür steht auch hier unser üppiges Catering rum in der Sonne, damit es auf die richtige Temperatur kommt und dann noch leckerer schmeckt. Gehen wir mal weiter hier. Hier ist das Lesezimmer, an dem ich mich gestern wunderschön verletzt habe. Hier sieht es jetzt ein bisschen chaotisch aus. Das ist der wohl teuerste Globus der Weltgeschichte, nämlich Original von Napoleon. Leider hier in doppelter Version zu sehen. Heute drehen wir den, wie der Hund mit der angebundenen Weltkugel, mehr wird nicht verraten, hier abhaut. Und abhaut! Da wird aufgebaut, da ist die Kirsi zum Beispiel. Hallo! Und wir schießen dann runter. Der Hund haut heute ab, wird über die Terrassen hinabrennen. Ich ihm hinterher bei ungefähr gefühlten 45 Grad. Und das unten wird die Szene enden. Da ist dann die Jacht, die leider auch dann glauben muss. Da oben sind unsere Kostüme und Dingsräume. Das war es eigentlich jetzt erstmal, würde ich sagen. Ne? Untertitelung des ZDF, 2020